Dieser Zug bringt den Tod. Russland lässt weitere Truppen und Waffen in die Ukraine verlegen. Dieser aus ihr kurz kommende XXL-Zug bringt schwere Waffen an die Front im Donbass. Insgesamt 27 selbstfahrende Lafetten des Typs 2S5, Militärtrucks und Munition. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet die Bilder des Waffentransports. Die Region Luhansk liegt im Osten der Ukraine und bildet zusammen mit der Region Donetsk den Donbass. Dort konzentriert das russische Militär seit Wochen seine Offensive. Mit dem XXL-Waffenzug ist damit zu rechnen, dass Russland eine gewaltige Offensive starten wird. Wo genau der Zug seine tödliche Ladung hinbringt, unklar. Oberflühen der Stunden. Wo ist Russland und Zugang ein Sohn? Musik 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 Musik